Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, nein, ich bin hier, der ist allein, du kannst nicht hin. Ich werde strampeln und trampeln, ich werde husten und pusteln, dein Haus wird kaputt. Schnell, ich muss weg. Ich werde, warte mal, ich habe wieder. Den nächsten Tag kam das Schwein zu dem Haus. Meine Schäden, das ist klappen, was soll ich jetzt machen? Das Schwein hat ein Riech, da kommt der Maut gerast. Hallo, was ist los? Warum, wenn du? Mein Haus ist tot. Keine Sorge, ich bin der Bauer, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe bauen. Ich brauche Wasser, Stamm, Zeme, und da für die Ziele. So, noch was? Na klar, die werde ich zeigen. Und welche? Okay. Ich mache einen Hammer, einen Baugel, einen Schubkel und noch einen mit dem Hammer. Okay. 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 So, das ist ein Scher. Aber, aber alles. Ein Hebel, ein Schafen, eine Mörder, eine Wette und noch eine Schüppel. Und das Haus wachst und wachst. Die Mörder ist fertig. Die Mörder ist fertig. Die Mörder ist fertig. Jetzt brauche ich eine Schirmstanz-Begel. Jetzt muss ich die Schirmstanz-Begel haben. Die Schirmstanz-Begel braucht ein Schirmstein, nicht wahr? Ja, du hast Zeit. Der Schirmstein-Begel braucht einen Schirmstein. Jetzt muss ich den Schirmstein-Begel sein. Wo ist meine Leiter? Ich muss auf die Leiter am Werkstanz-Begel steigen, bis nach der Schirmstein-Begel steigen. Da sage ich an den Zinnummern. Hallo, Zinnummern, komm her. Hallo. Das war ich kennengel. Na, das ist ein Dörstanz. Na, das ist ein Dörstanz-Begel habe ich mit. Och nein, ich vergesse die Neugel. Kein Problem, ich blicke dir die Neugel. Oh, ich habe Angst. Das ist Arm hoch. Bitte, die Neugel. Oh, my finger. Es wird blicke. Wenn sich stellt hier ein neues Haus, das Spankungs-Begel errichtet und streitet. So, ein schönes Haus habe ich. Ich möchte meine Zuh strenken. Hallo, hier ist Schweinke. Ich brauche eine Möhe. Gut, danke. Auf Wiederhören. Hallo, hier ist der Möhe. Sonnesternensatz, aber ich brauche eine. Diese waren gerettet als die Sonne. Tiefe Gras. Und die Pizke war aus der Lippe. Ich habe die Möhe in der Schütze mit. Die Böcke ist eine Möhe. Die Möhe. Und jetzt, die richtigen Gezeitswölndern Tische. Erstellt man die Möhe. Hallo, was bekommst du? Die Möhe. Kein Problem. Wir haben alle die Gäste. Schaut, hier sind die Stiere, durch den Tisch. Das ist die Metathorie, die du anbetst. Ich kann schon schreien für dich, Marthea Morgana, du arbeitest. Das Haus ist in Ordnung. Hallo, ich habe die Bäume und einige Bäume für deine Garten. So zuerst muss ich die Bäume und die Bäume gar liegen. Ich meine Haken und meine Haken benutzen. Und am Ende muss ich alles durchführen. Super, top! Morgen können wir feiern. Jetzt muss ich in die Stadt laufen und dort einkaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte auch. Danke. 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 Für mich zuerst países. Was kann ich für Dichtung? Morgen habe ich eine Party. Ich werde die früsten Braten. Und noch nehme ich einige halberne Schirke. Woher bin ich, meine Meldung? Nils, ich schneide diese Salami. Huch, danke. Sehr lecker, diese M auch. Willst du nicht ein Brust von mir? Alles habe ich frisch komputiert. Das war's für mich sonst. Selbst in Würzeln, aber zuerst musste ich Dichtung anreden. Gib mir zwei Dörte. Danke, ich muss los. Oh, dort ist eine... Oh, Konditor, ich brauche eine Dörte für den Fall. Hallo, was kann ich dir von Dichtung? Etwas ist jetzt so viel Dauer, meine Lieblingskunden. Ja, ja, ich liebe die Süße. Diese Dörte ist mein Meisterstück. Sie ist mit der Schwangerschaft. Deshalb ist es, wie spät ist es? Wie spät ist es? Ich wacke eine Lücke. Tut mir leid, ich weiß nicht. Ich kipp, ich habe keine Kuh. Aber das ist eine gute Frage. Deine Dörte ist das Unmehl, Unmachlich. Das kann man mit dem Wurkaufeln. Ich muss es einfach aufbauen. Ich muss es einfach aufbauen. Hallo, da ist ein A1. A2 und eine Wandel. Hallo, das ist kein Problem. Du kannst auch schwierig. Diese A1 ist ein A2. Das ist ein A2. Das hat mich erinnert. Dann sie brother. So ist sie großartig. Und wie gefällt mir, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.